herzlich willkommen zum heutigen marktupdate live hier auf dem comdirect youtube kanal ich freue mich dass ihr dabei seid ich bin andres lipko philipp ist auch wieder dabei und wir haben ein volles und straffes programm ich habe schon gesehen ihr habt ganz ganz viele fragen und unternehmen hier in den chat reingeschrieben ich habe aus der letzten sendung noch einige unternehmen mitgebracht die wir heute hier alle durch ackern werden auch thematisch haben wir ganz ganz tollen komplexe da heute mit bei werdet ihr nachher sehen insgesamt läuft die sendung so ab für die die vielleicht heute zum ersten mal zuschauen ihr könnt mir fragen stellen ihr könnt ihr in den chat neben dem fenster neben den youtube fenster stellen oder nachher nach der sendung falls ihr sagt mensch andreas hat da irgendwas gesagt habe ich nicht verstanden oder ich will das und das unternehmen gern für die nächste sendung haben das könnt ihr unten in der kommentarleiste unter dem video auch mit rein schreiben ansonsten freuen wir uns natürlich wenn ihr zum einen uns ein daumen hoch oder wenn es nicht gefällt auch ein daumen runter da lasst damit wir auch wissen was können wir machen was können wir verbessern natürlich auch anregungen kritik und wünsche auch gerne unten ins kommentarfeld rein und wenn ihr keine ausgaben mehr verpassen wollt beziehungsweise vielleicht einen kleinen reminder haben wollt dann natürlich auch ein abo da lassen ganz einfach braucht einfach unten nur auf den kanal abonnieren drücken und dann habt ihr die möglichkeit immer sozusagen montags daran erinnert zu werden wenn wir hier auf sendung gehen und dann seid ihr sozusagen immer mit dabei ich gehe auch gleich los die sendung ist ganz einfach aufgeteilt im ersten teil gebe ich euch einen kleinen markteinblick darüber was ist bei dax da und co passiert wobei da ist eigentlich falsch wir gehen ja momentan eher auf dax euro stocks und auf nasdaq 100 beziehungsweise in s&p 500 die einteilung hat sie habt ihr euch gewünscht beziehungsweise ist das auch sinnhaft ich erkläre es halt nachher nochmal warum im zweiten teil gehen wir ein bisschen auf die einflussfaktoren ein euro dollar haben heute mitgebracht gold und bitcoin und im dritten teil da seid ihr dran erste teil davon immer über fragen über instagram reingekommen sind und dann geht sozusagen voll in medias res und philip hilft mir auch mal dabei die interessantesten fragen rauszusuchen mit oder die am meisten am dringlichsten sind halt dass wir die da besprechen ich lege gleich los will gar nicht quatschen wir haben gesagt volles programm ich freue mich auf jeden fall schon mal darauf so genau dax haben wir auch schon hier netterweise vorbereitet sehr schön wir sehen heute morgen ist der handel eigentlich relativ schwungvoll gestartet wir sind über 13.000 punkte reingekommen und dann kam es eben zu ein paar ja wie soll man sagen impulslosen handelsphasen die eben dazu führten dass der dax jetzt wieder zurückgefallen ist in die altbekannte trading oder handelsspanne zwischen 12.750 und 12.950 wie bilden sich denn eigentlich immer solche handelsspannen aus wird sich der ein oder andere jetzt fragen das relativ simpel weil investoren jetzt investieren haben ja ein bestimmtes rendite ziel auf sicht von ein zwei oder drei jahren das heißt man kauft halt nur aktien dann oder beziehungsweise indizes märkte wenn man eben auch eine bestimmte rendite erwartung für die nächsten monate sieht und demzufolge merkt man dass über dem kursniveau von 13.000 punkten momentan so ein bisschen kaufzurückhaltung vorherrscht das liegt zum einen daran dass natürlich die konjunktur in europa relativ stark angestanden ist zum anderen weil man einfach keine impulse von investoren seiten bekommen wir haben auf der einen seite den brexit gab der schon wieder verschoben worden ist dann haben wir sozusagen die us-wahlen die vor der tür stehen by the way us-wahlen aber ganz toll was vor wir werden nämlich euch am kurz vor der wahl noch mal us-wahl special liefern und das auch zum ersten mal hier schon mal ein kleiner vorgucker direkt am vierten november das heißt wenn die walergebnisse brand und frisch draußen sind dann machen wir ein react video das heißt ihr könnt uns fragen direkt live auch wieder stellen alles was mit us-markt us-wahlen und so weiter zu tun hat da haben wir ein paar überraschungen vorbereitet könnt euch schon mal einen kalender einschreiben vierter november wird bestimmt sehr sehr spannend und auch interessant wären aber das ist nun mal der kleine vorausgucker genau zurück zum deutschen markt genau das sind eben einflussfaktoren wie die wahlen natürlich auch coronavirus pandemie wie entwickelt sich die sogenannte zweite welle was passiert da was für auswirkungen hat das und das führt eben dazu dass investoren jetzt fakten sehen wollen und wir sind mitten in sogenannte faktenwelle drin wir haben jetzt quartal zahlen in den usa letzte woche ging es los mit den us banken und das zieht sich jetzt die kommenden tage und wochen durch die märkte durch momentan diese wochen noch eher geprägt auch von us-unternehmen aber dann geht es auch schon los dann kommen schon die ersten deutschen unternehmen und dann werdet ihr auch sehen dass wieder ein bisschen mehr leben in der bude ist das heißt dass der dax dann eventuell wie auch hier schon geschrieben worden ist eventuell unter sogar die trading range fällt weil natürlich dann investoren sehen das gesamtbild sieht ja doch nicht so gut aus wir müssen teilweise unsere sichtweisen revidieren und das führt eben dazu dass dann die gesünderten handelsspannen einfach wieder neu verlagert werden oder das natürlich auch überraschungen dabei sind und wenn der markt insgesamt die einzelnen komponenten besser ausfallen als das was die investoren erwartet haben dann kann es auch durchaus sein dass der markt dann eben auch nach oben ausbricht über die 13.000 wobei die 13.000 punkte markt hier auch noch mal so ein kleiner seitenrandnotiz ist eher eine psychologische markte trader sind grundsätzlich ich sage jetzt mal faul die wollen immer runde zahlen haben und die runde die zahl ist desto besser ist das heißt man muss da nicht lange rumtippen sondern man gibt halt 133 mal die 0 ein und dann hat man sozusagen limit und deswegen sind das ist das die sogenannte faszination der runden zahl das heißt dass viele trader sich an solche marken an runden marken kurs marken mal festhalten das sieht man auch teilweise wenn man eben kurse verfolgt dass da sozusagen entweder widerstände unterstützung meist auf diesen niveaus rund oder um 50er zahlen herum immer so sind daher kommt es halt wirklich das klassische menschliche verhalten das hat jetzt nichts damit zu tun dass 13.000 irgendwie eine voodoo zahl ist oder irgendwie sowas sondern wirklich nur dieser psychologische aspekt so also für ein dax heißt erstmal weiter warteposition ich sehe da auch momentan wenig impulse dass da wirklich was passiert ich denke auch eher dass wir momentan seitwärts laufen ausbruch nach unten sehe ich allerdings nicht momentan noch nicht wird ein bisschen wackelig werden ein bisschen volatil aber ist sie keine größeren kursrückgänge die wirklich massiv jetzt hier den dax noch mal zurückführen auf die niveaus von märz weil dafür ist die politik zum einen besonnener geworden man ist hier wesentlich vorsichtiger und das ist einfach zu viel geld im markt das heißt von staatlicher als auch von der notenbankseite so gucken wir uns den eurostox 50 gleich noch mal an der ist auch wichtig warum haben wir den immer mit reingenommen ich weiß wiederholen für den ein oder anderen wird es schon kann es sozusagen schon mit beten aber es gehört eben auch mit dazu der eurostox 50 ist so zollt oder zahlt sozusagen auf den europäischen gedanken ein wir sind ja sozusagen hier die europäische union und von daher gucken wir natürlich auch wie es in kontinentaleuropa aussieht als wirtschaftsraum und generell vorweg gesagt normalerweise verhält sich der eurostox 50 äquivalent zum dax das heißt die beiden laufen sehr stark parallel wir hatten das auch schon öfters mal mit überlagerungen gezeigt hat aber eine leichte tendenz zur underperformance das heißt er läuft ein bisschen schlechter als der dax weil der dax einfach dynamischer ist und weil das hat der grund hat den grund weil im eurostox 50 sehr sehr viel finanzen immobilientiteln drin sind und im dax eben doch der anteil an zyklischen aktien wesentlich größer ist aber wir sehen heute hier eine leichte outperformance das können wir vielleicht doch noch mal machen nehmen wir einfach mal schnell den dax rein dann sieht man dass der eurostox heute hier besser sich besser geschlagen hat also er ist zumindest besser im plus gewesen und hat halt auch nicht so stark hier im negativen bereich ausgeschlagen das ist schon mal ganz interessant das zeigt also dass momentan investoren für den breit für kontinentaleuropa momentan eher bullischer oder interessierter sind als für deutsche aktien von daher das ganz spannend noch mal zu sehen wir sehen auch formell ist zumindest der eurostox 50 noch ganz minimalem plus so gucken wir nach amerika da am besten erstmal auf den s&p 500 der ist ein bisschen schnarchiger unterwegs sind 500 unternehmen drin die aber eigentlich maßgeblich durch sechs größten technologiewerte bestimmt werden das haben wir ja auch in der vergangenheit öfters mal schon gesagt und das sieht man auch jetzt hier wieder das heißt wenn man die technologiewerte einfach rausrechnen würde ich kann da ruhig mal den dax drin lassen das ist ganz interessant dann sieht man auch wie sich das sozusagen verhält wenn man also die sechs größten werte rausnehmen würde würde sozusagen der s&p die performance vom s&p 500 wirklich um ein drittel geringer sein und das ist schon beachtlich das heißt dass der dax sich eigentlich wirklich auch besser geschlagen hat wenn man so nimmt als der s&p 500 was ich ganz interessant an dieser stelle finde aber insgesamt sieht man hier halt auch so ein bisschen den gleichlauf ab und zu springt dann mal der dax natürlich ein bisschen höher kommt aber dann auch mal zurück momentan sehen wir eine leichte an der performance zumindest in den letzten tagen ansonsten teilweise ist der dax sind auch besser gelaufen heute das was wir jetzt hier im s&p 500 sehen ist marginal das hat nichts zu sagen also hat schon was zu sagen natürlich sieben punkte sind aber wirklich im verhältnis wirklich sehr sehr wenig und minimal und von daher hat das noch keine große aussagekraft wir sehen also auch hier eher eine abwartung wochenbeginn heißt auch immer natürlich investoren schauen erst mal was steht uns da bevor und da kommt eben auch ein haufen unternehmenszahlen eben auf die marktteilnehmer zu wir sehen aber das ist eben bei den technologie börsen hier oder bei den technologiewerten doch noch denn ganz anders ist das sind dann viel stärkere kursausschläge halt auch zu sehen ich nehme hier den nestec 100 natürlich und da sieht man also hier auch wenn es jetzt nicht wirklich auch groß ist aber man erkennt schon vorhin der s&p 500 nur 0,2 im minus hier der nestec 100 minus mit 0,4 prozent ist auch nicht jetzt wirklich bein oder nicht jetzt wirklich ein beinbruch aber man sieht halt schon dass hier die performance eine ganz andere ist das heißt das wesentlich mehr booms halt auch hinter wenn er in eine richtung geht dann auch richtig und wir sehen hier ganz interessant ich habe den dax wie gesagt noch mal drin gelassen die performance outperformance von von dem nestec 100 ist wirklich fulminant man hat also bei dem auf ein jahres sich beim dax wirklich kein blumentopf gewonnen sondern eben praktisch null performance und die nestec 100 beziehungsweise der nestec 100 index hat hier fast 49 prozent kurs performance gemacht das ist wirklich schon ganz schön heftig und zeigt eben auch wo der paradigma oder wo zumindest der sich die momentan investitionsneigung ganz klein verlagert hat man hat eben wirklich natürlich auch die technologiewerte gesetzt auf große unternehmen die eben zum beispiel cloud computing die eben ganz stark diese stay at home branchen eben entsprechen semi kondakter läuft momentan auch ganz gut und so weiter und so fort und davon profitiert eben die nestec so jetzt gucken wir ganz schnell noch mal auf die euro us dollar das mache ich immer damit weil man da ganz gut sieht wie so ein bisschen der money flow ist vor allen dingen weil der us dollar eigentlich und von der erfassung von den moment ich muss das mal rausnehmen von dem marktteilnehmern immer eher so eine art krisenwährung ist also das heißt wenn eben wirklich viel am brennen ist dann flüchten auch viele in den us dollar und das sehen wir momentan nicht wir sehen hier eine seitwärtsbewegung im euro zum us dollar und sogar eine leichte stärke heute zum wochenbeginn hat auf der einen seite mit aussagen von lagart zu tun die wirklich auch noch mal gesagt hat wir unterstützen europäischen währungsraum egal was kommt wir werden hier noch mal ordentlich geld reinbuttern irgendein weg der uns einfällt das hat die marktteilnehmer zumindest erst mal für den euro natürlich freundlicher gestimmt weil in den usa momentan das ganze hickakt vor den us-wahlen kommt jetzt ein konjunkturpaket zwischen den republikanern und demokraten momentan besprochen wird die eine partei hat im senat die mehrheit die andere hat im repräsentantenhaus die mehrheit und das führt zu einer pat situation und macht es halt auch schwierig solche maßnahmen dann wirklich mit einem rutsch einfach durch zu winken von daher sieht man dass momentan viele investoren in richtung europa schielen das ist wirklich interessant das heißt dass hier eigentlich europa im jahr 2021 durchaus egal wie der wahlausgang den usa ist durchaus interessanter sein könnte als die us-märkte das vielleicht noch mal schon mal vorweg geschickt also von daher unbedingt ein auge drauf werfen man sieht also krisenneigung ist nicht wirklich allzu groß da was aber interessant ist auch bei den rohstoffen sind die edelmetalle heute extrem stark gesucht gewesen gold und silber haben sozusagen hier ihre aufwärtsbewegung oder beziehungsweise haben heute eine ganz relativ gute performance vollzogen wir sehen es hier genau im intraday chart kann man das ganz gut sehen wir haben in den letzten monaten eine konsolidierung von dieser heftigen aufwärtsbewegung ich mache den ein jahres chart dann sieht man das besser wie der goldpreis angezogen ist jetzt haben wir eine klassische konsolidierung seitwärtsbewegung ich bleibe auch dabei dass gold auch wieder ausbrechen wird das heißt zum jahresende eher fester ist hat eben zum einen damit zu tun weil investoren vermehrt natürlich anfangen in richtung gold zu schielen und da einige anlagegelder umlenken und man braucht im goldmarkt nicht viel anlagegelder um wirklich was zu bewegen hier ist es wirklich so dass teilweise reicht schon wenn einige große investoren anfangen ihre anlagegelder eben neu zu allokieren das heißt neu umzuverteilen und dann eben auch in richtung gold gehen das kann dann dazu führen dass wir hier wirklich sehr sehr starke kursausschläge sehen hier auf dem langfrist chart sieht man jetzt die kursbewegung von heute ein bisschen schlechter aber wenn man eben auf dem fünf tage start sieht dann sieht man hier ganz klar noch mal diesen ausbruch nach oben und ich denke dass wir hier auch tendenziell eben aufgrund dieser ganzen eben ja unwägbarkeiten die da sind so eine leichte tendenz sehen werden dass die aktienmärkte im volatil bleiben aber gold tendenziell jetzt eher wieder in richtung 2000 us dollar steigen könnte ich bin gespannt ob das wirklich so kommt das wird die zeit dem doch zeigen und dann eben auch noch mal eine frage zu dem thema bitcoin hatten wir auch noch mal ich packe hier gleich mal mit rein bitcoin ist nämlich so ein bisschen als ich nenne es jetzt mal fälschlich digitales gold verschrien worden wir sehen auch hier die flucht bewegung sozusagen in diese digital währung beziehungsweise in den coin dazu werden wir eine sondersendung machen haben wir letztes mal schon abgestimmt oder beziehungsweise nicht abgestimmt haben haben wir unsere zuschauer gesagt was ich gewünscht haben wir so haben wir beide so abgestimmt genau haben wir so abgestimmt mit den zuschauern mit den zuschauern genau die zuschauer konnten zustimmen und wir haben abgestimmt ja genau nein genau bitcoin dahingehend will ich vielleicht ganz kurz erklären das ist eigentlich eher eine indexwirkung also der bitcoin an sich wird nicht diese große rolle spielen beziehungsweise haben wie viele annehmen dass man hier wirklich das unternehmen sozusagen eine digitale währung auf dem bitcoin drauf flanschen sondern er die akzeptanz ist halt teilweise da aber die technologie dahinter ist selbst in der blockchain technologie schon ein stück weit veraltet das heißt wir werden natürlich zukünftig einfach neue ansätze sehen wir werden zentralbank geld sehen was in digitaler form kommt und von daher wird dann eher der bitcoin so eine indexfunktion erfüllen das heißt wie eine art digitales gold dann eben doch sein dass man eben damit vermögenswerte zumindest kurzfristig oder beziehungsweise transformieren oder transportieren kann aber ich sehe hier keine große zahlungsfunktion im bitcoin sondern eher in anderen währungen die vielleicht kommen können vielleicht auch aus richtung von unternehmen wie zum beispiel den vorgang facebook in richtung libra oder was ich eben auch er sehe ist eben wirklich zentralbank geld was digitalisiert wird also starten anfangen ihre gelder in digitaler form zu zu transformieren kurzer wunsch aus dem chat könntest du mal den gold chart über den bitcoin chart nehmen sehr gute idee genau machen wir mal so lange haben wir den nicht ich glaube ein jahr drei jahre okay da müssen wir mal unsere technik gehen schade aber da würden wir nämlich folgendes sehen dass wir ungefähr einen gleichlauf sehen das heißt gold natürlich nicht genauso performt wie bitcoin bitcoin ist einfach wesentlich volatiler aber man sieht dass gerade in den letzten monaten ganz starke flucht bewegungen eine fluchtrichtung in richtung gold und bitcoin passiert ist ich kann es jetzt hier leider wie gesagt nicht reichen wir aber nächste woche gerne nach ich finde das eine ganz spannende idee damit man es auch einfach mal sieht wie ihm dieser vermögensaufbewahrungscharakter von im bitcoin momentan als funktion wahrgenommen wird und nicht dieser immer wieder hervorgerufene ja mit bitcoin wird man zukünftig bezahlen digitale währung ist aber zu lang sondern kommen diese ganzen pro und kontra argumente das spielt überhaupt keine rolle mehr momentan beim bitcoin bei bitcoin geht es wirklich darum vermögenswerte zu transportieren und aufzubewahren und weniger die zahlungsfunktionen zahlungsfunktionen werden von anderen digitalen währungen zukünftig abgewickelt also von daher eine interessante sache noch mal wie gesagt liefern wir dann am besten in den special nach wenn wir unserer technik hier bescheid sagen warum das jetzt nicht ging und wie gesagt liefere ich nach so jetzt kommen wir schnell zu teil 3 ich muss mal gucken sind wir gut in der zeit ja okay ich habe schon philip gesagt er soll mich heute ein bisschen ertreten ertreten nicht aber du hast ja heute so ein elektroschocker dabei ist heißt wenn ich zu lange jetzt hier laber dann krieg ich eine mit so jetzt kommen die instagram fragen gaming branche kam eine frage rein activision blizzard und netease netease hatten wir schon activision blizzard hatten wir auch schon darüber gesprochen aber wir haben eine frage von euch von letztem mal und zwar in richtung electronic arts und ich nehme das ganze mal auf also ich glaube oder ich denke dass die gaming branche insgesamt so ein bisschen das moderne oder das hollywood des 21 jahrhunderts ist man mag es nicht glauben aber die gaming industrie also wirklich e-sports und alles was damit zu tun hat wir können ja mal den chart von electronic arts gleich mit reinnehmen hat bei weitem hollywood produktion viel im filmindustrie eingeholt und was ja auch der eine oder andere vielleicht mitbekommen aber es gibt tatsächlich schon viele computerspiele die auch schon verfilmt worden sind und wenn ich mir so ansehen wie viel zeit mein sohn vor dem computer rumhängt dann kann ich es mittlerweile auch nachvollziehen dass es wirklich ein wachstumsmarkt sein muss ich nehme mal hier den dax oder beziehungsweise den vergleich raus genau man sieht halt hier auch schon in den aktien ob es jetzt electronic arts ist oder wir können auch activision blizzard mit reinnehmen das sind alles unternehmen die haben hervorragend performt wir haben auch ein anderes unternehmen aus der letzten sendung click digital ist auch noch mal eine nachfrage gewesen dazu das sind alles unternehmen die haben eben ich kann die auch noch mit reinnehmen dann habe ich gleich die fragen hier abgefrühstückt das sind alles unternehmen die genau von diesen trends profitieren ich würde als vor als vorschlag würde ich immer eher tendenziell dazu gehen wenn man sich mit dieser branche nicht so gut auskennt natürlich auf einen etf oder auf dem fort zurückgreifen der dann sozusagen die größten vertreter aus dieser branche aufnimmt hier sieht man mal click digital die ehemaligen bob mobile wie die eben abgeflogen sind die haben natürlich die profitieren einfach davon eben dass eben mobile gaming dass eben diese unterhaltung sozusagen unterwegs immer mehr auch nachgefragt wird und also von daher wenn man mit dieser branche momentan nichts zu tun hat dann greift ihm noch fonds auf etf zurück das ist da hat man eine große streuung und hat kann sozusagen auch zukünftig einfach von den trends profitieren das problem ist nämlich bleiben wir bei click mobile die haben vielleicht jetzt momentan eine applikation oder ein software oder ein spiel was gut läuft das heißt die jugendlichen gehen rein kaufen diese app und das unternehmen profitiert davon aber das problem ist kleinere unternehmen das problem dass die sogenannte one year wonder haben das heißt die geben dann ein spiel raus das spiel läuft ganz gut im nächsten jahr nicht mehr dann haben die aber kein spiel mehr in der pipeline und dann verdienen auch kein geld mehr bei den großen unternehmen wie zb bei electronic arts da ist oder bei einer activision blizzard ist es eben anders electronic arts ist vielleicht dem ein oder anderen zumindest vom vorbeilaufen am spieleregal von den kindern oder bei gamestop oder sowas eben auch bekannt oder saturn zum beispiel fifa zocker fifa 21 basketball also end 2k 21 zum beispiel also alle spiele sport spiele die natürlich auch einen sehr sehr großen hype haben und vor allen dingen bei den jugendlichen sehr stark nachgefragt sind deswegen gibt es auch sehr viele e-sports veranstaltungen wirklich tausende von menschen zugucken wie eben da so ein paar spieler und diese spiele spielen das eigentlich eher so ein happening charakter geworden und je besser solche spiele sozusagen laufen desto mehr verdienen diese unternehmen geld weil man eben so genannte in game spiele das heißt um besser zu werden muss man irgendwelche pakete kaufen spieler oder irgendwelche ausrüstungsgegenstände und damit verdienen diese unternehmen geld früher war es wirklich so man hat sich ein spiel geholt hat es dann sozusagen gespielt danach war das ganze thema gegessen jetzt ist das sozusagen wirklich monetarisiert worden dahingehend dass die unternehmen nach dem kauf weiterhin geld verdienen und was ganz interessantes selbst vor dem kauf das heißt man kann so genannte pre sale tickets holen das heißt dann da hat man dann das vorrecht dieses spiel gleich beim erscheinungsdatum zu haben dafür bezahlt man denn schon mal geld und dann kauft man sich sozusagen das spiel teilweise wird es verrechnet teilweise eben auch nicht und also man sieht schon was das für eine industrie ist was das für ein halb ist nicht glaube dass diese halb langfristig auch anhalten wird deswegen also noch mal zu der ganzen branche gaming aktivischen blizzard netis hatten wir auch letztens besprochen electronic arts und jetzt klick digital mein tipp guckt auf die großen unternehmen beziehungsweise holt euch eher dann wirklich ein etf oder sowas die wo eben viele von diesen unternehmen drin sind dann habt ihr dieses problem mit diesem one hit wonder nicht bei click digital hatte ich auch noch mal nachgeschaut da gab es auch noch mal so ein paar kritiken die haben dann irgendwelche abos leuten da eingebucht die dann aber nicht zugestimmt worden sind also man muss immer mal so gucken jetzt aktuell nicht in der vergangenheit war das mal also von daher ist es auch mal so eine sache man hat natürlich dann wie gesagt bei kleinen und dann immer so die frage ja wie gesagt wie lange hält dieser geldfluss oder diese diese umsätze an und bei den großen unternehmen hat man für eine größere palette ähnlich wie in der pharmaindustrie das ist genauso breite groß aufgestellte pharmaunternehmen haben eine ganz ganz stark gefüllte pipeline die können viele produkte nachschieben wenn eben nur ein unternehmen ein einziges produkt hat ist das immer ein bisschen gefährlich zum thema gaming wir hatten ja mal eine sonderlande im special in mai ich glaube ja können wir eigentlich mal ein update machen findet man aber noch in der playlist also für jene der sich dafür interessiert einfach mal hier bei youtube in die playlist gucken sehr guter hinweis genau wir haben in der playlist nochmal ein special dazu ansonsten glaube ich werden wir jetzt einen saisonalen effekt kriegen weil jeder rennt zu weihnachten los entweder die kinder wünschen sich solche spiele die männer oder frauen kaufen sich solche spiele eben zu weihnachten bzw man schenkt dann eben seinen partner wenn er sich das wünscht entsprechend die spiele und die also von daher merkt schon dass jetzt dieser saisonale charakter reinläuft das heißt ich glaube zum jahresende werden wir ja noch mal insgesamt einen ganz ganz ordentlichen anschwung sehen so dann eine frage zu verpackungsmaterialien wir hatten ja frau meyer mellenhoff upm und holmen fand ich ganz spannend die profitieren natürlich zum einen davon dass gerade sehr sehr viel auch verschickt wird das heißt die logistik insgesamt braucht natürlich sehr viel paar verpackungsmaterialien viele verpackungslösungen und davon profitieren einige unternehmen wie zum beispiel eine meyer mellenhoff die einfach aufgrund ihrer schnellen umstellungen schnellen reaktionen eben auf diese neuen nachfrage einfach dann davon ja wie gesagt mehr umsatz beziehungsweise neue lösungen angeboten haben andere unternehmen die zum beispiel zu stark weiter in alten strukturen sind die können davon nicht so stark profitieren wie zum beispiel eine upm die haben eher genau die sind eher seitwärts gelaufen das sieht man hier die haben halt so eine grundsätzliche nachfrage natürlich nach zum kartons nach verpackungsmaterial beziehungsweise nach papier aber da sieht man eben sozusagen keine da sind sein der einfluss von den großen von der industrie von gewerbe einfach zu stark das kann dann eben nicht von diesen nachfragen aus dem privaten bereich oder aus gerade in dem retail bereich einfach kompensiert werden von daher insgesamt glaube ich auch hier ganz stark wirklich gucken welches unternehmen nehmt ihr euch da rein wo ist der fokus drauf ich denke die meyer mellenhoff ist zumindest ganz interessant dabei unterwegs ich habe auch ein paar nachrichten von gelesen dass die da eben wie gesagt eben auch in dem in dem bereich da umstrukturieren sind da neue lösungen eben vorgestellt haben und die können dann natürlich auch noch mal richtig gas geben wenn es dann eben im nächsten jahr insgesamt wieder losgeht ansonsten ist wie gesagt man kann das halt es gibt bestimmte bestimmte branchen kann man einfach nicht wegdeklinieren die bleiben einfach also das heißt dann man hat einfach nicht die möglichkeit zu sagen man braucht keine kartons mehr weil der online handel lebt ja eben davon dass eben irgendwie in irgendeiner form diese sachen eben verpackt werden auch der trend hinweg von plastik hin zu umweltfreundlichen verpackungen kann so eine kleine renaissance gerade für so eine nischen für für eben so smarte verpackungsunternehmen wirklich auch interessant sein also von daher ein netter hinweis aber hier auch noch mal genau gucken welches unternehmen sollte man sich fokussieren ich würde auch wie gesagt auf die großen auf die branchenführer setzen das ist immer ein guter hinweis in solchen phasen weil man einfach da dann nicht gefahr läuft einfach einen kleineren zweiter drittlisten wert zu investieren den man nachher dann sozusagen wo man einfach noch viel zu viel zeit braucht damit er sich entwickeln kann so dann eine frage zu huawei börsengang nach wahl sieg eventuell von beiden sehe ich momentan nicht huawei ist einfach zu wichtig für china die wissen einfach ganz genau was für eine technologie was für eine ausbreitung dieses unternehmen hat ich glaube nicht dass wir hier in börsengang wirklich abhängig vom wahl sieg sehen egal ob trump oder beiden sondern die werden erst mal dieses unternehmen sozusagen noch unter dem schutzschirm der chinesischen regierung einfach lassen auch wenn hier oder da immer mal wieder pläne laut geworden sind kann ich mir das aktuell nicht vorstellen man hat einfach aus den letzten zwei jahren gelernt und ich glaube dass man hier einfach genau weiß nein man wird börsengang erstmal nicht machen oder was natürlich sein kann ist man macht den auf dem festland in form von h-aktien oder a-aktien je nachdem und kann dann sozusagen damit auch die möglichen potenziellen investoren ganz klar eingrenzen man hat nämlich a b und h-aktien kann man rausgeben das heißt es können dann eben entweder nur chinesische in land investoren ausländer in china oder eben doch ausländer dann die aktien kaufen und demzufolge hat man hat china sich da eine gute steuerung gelassen das heißt huawei börsengang allgemein international sehe ich nicht aber die möglichkeit dass die vielleicht festlandbörse in shenzhen oder so eben doch oder in shanghai eben machen aber nur dort eben handelbar sind könnte durchaus eine option sein also von daher am wahl ausgang würde ich jetzt mal unter nicht unbedingt festmachen da lässt sich china auch nicht in die karten schreiben oder vorschreiben was sie zu machen haben generell chinesische aktien war noch mal eine frage bei wahl sieht von beiden auch unabhängig china ist momentan die volkswirtschaft die sich am schnellsten erholt nach dem koronavirus schock die ein oder andere reportage mal über wuhan gesehen hat was da wieder abgeht da ist das leben ganz normal die haben diese krise wirklich perfekt gemeistert die kameras ausgegangen und haben sozusagen haben jetzt sozusagen sind wieder auf zurück in dieser position dass sie jetzt von diesem niveau was sich gebildet hat eben wieder ansteigen können und sozusagen jetzt die wirtschaft sich einfach wieder erholt und von daher denke ich chinesische aktien unabhängig von wahl ausgang gesagt in den usa durchaus interessant werden aus meiner sicht daraus auch in den kommenden jahren wesentlich besser performen einfach als nordamerika und europa warum weil die nordamerikanischen die europäischen und dann eben ganz klar von der konjunkturentwicklung an china abhängig sind also von daher merkt man schon wie hier die hun ei problematik ist das hun ist ganz klar china die eier die sozusagen gelegt werden sind dann eben europa und nordamerika das heißt die unternehmen also von daher für mich chinesische aktien weiterhin ganz klar die favoriten hier aber auch auf die bewertung gucken nicht unbedingt gleich hier in alle aktien reihe oder in teure aktien rein sondern nach möglichkeit auch hier gucken gibt ganz ganz viele spannende etfs darauf schaut euch da einfach noch mal an wir machen auch genau china hat mir auch eine sondersendung noch mal eine chinesische aktien war glaube ich auch gewünscht den letzten ausgaben genau bringt liefern wir euch auch noch mal eine sondersendung zur sondersendung wir machen eine sondersendung zur sondersendung was für sondersendungen kommen genau und da wird auch china bei sein also bis zum jahres eine sind wir wirklich durchgetaktet kommen doch ganz spannende sachen auf euch zu so dann haben wir eine frage eine frage zu es center das ist ein beratungsunternehmen aus irland auch über instagram reingekommen die beratungsunternehmen an sich das auch eine ganz interessante situation die wir da vorfinden die profitieren natürlich momentan von der bewegung zur digitalisierung ausgelöst durch den corona virus das heißt die viele berater sind in einigen einigen branchen ganz wichtig momentan unterwegs und verdienen sich wirklich dumm und dämlich aber in anderen branchen eben auch nicht automotive sektor ganz schlimm momentan da brauchen die wollen nicht mehr begrüßt beraten werden die fahren ihre budgets runter machen hier haben ihre pläne setzen die erst mal um müssen erst mal sozusagen auf eine bodenlandung hinziehen von daher zum beispiel essential gerade in dem bereich wirklich ganz gnadenlos viele berater auch rausgeworfen oder wie gesagt ja freigestellt wie wenn man es so möchte also es ist eine situation die börse feiert das aber makabrer weise weil man eben sieht wie schnell diese unternehmen darauf reagieren das heißt einige bereiche laufen die die nicht laufen wird knallharten headcut gemacht das heißt man schmeißt wirklich leute raus und dadurch hat man eine ganz starke effizienz eine ganz starke fokussierung auf die bereiche die wichtig sind und laufen und dadurch verdient unternehmen momentan beziehungsweise jetzt nicht mehr so wie den letzten jahren aber man fokussiert und man positioniert sich so dass dieser gewinnmotor sozusagen dann in den kommenden jahren richtig zum laufen kommt und von daher davon profitiert essential ich denke dass man hier auch zukünftig weiterhin relativ starke entwicklung sehen wird bei einfach der drang hin zur digitalisierung auch dann natürlich bei den branchen die dann wieder kommen zyklische branche chemiebranche automotiv sektor natürlich auch zu nehmen wird das heißt man wird auf die unternehmen auf die beratungsunternehmen auf die großen vier oder großen fünf dann zurückgreifen und entsprechend dann auch hier natürlich größere nachfrage erleben das heißt essential für mich eigentlich ein ganz interessanter hinweis auf der watchlist behalten so dann noch eine frage zu rational ag großküchenhersteller die haben nämlich in den letzten wochen einen fulminanten kursanstieg vollzogen und da war die frage warum natürlich ganz genau erklären kann ich es nicht habe nur zwei mutmaßungen warum das so sein könnte zum einen ist rational zumindest ist da die fantasie drin dass man eben zwar jetzt in den letzten monaten sehr stark darunter gelitten hat dass viele große also großküchenhersteller restaurants natürlich nicht mehr die produkte nachgefragt haben aber die haben halt sich in richtung neuer systeme neuer garsysteme neuer auch hygienekonzepte natürlich so positioniert dass man jetzt dann eben den sozusagen diese alte linie loslösen kann also die man im vorher verkauft hatten jetzt mit neuen produkten eben auf die kunden zugehen kann dass es wäre die eine erklärung zumindest erstmal als als idee beziehungsweise als als fantasie die dahinter steht und der zweite punkt ist der die aktien sind relativ markt eng ist zwar auch ein hardax kandidat aber es ist eben nur ein free flow von 21 prozent da die anderen knapp 80 prozent sind sozusagen fest platziert bei anlegern und blackrock hatte am anfang oktober sich bei den aktien eingekauft die haben ihre anteile hier relativ nicht stark aber die haben sie eben aufgestockt in drei fonds und das kann natürlich zugeführt haben dass hier sozusagen die ersten käufe dann eben von blackrock sozusagen diese oder die beschleunigung eben da gebracht haben wir sehen ja auch schon hier ich kann ja mal xetra einblenden ist die heimatbörse da sieht man dass hier auch die umsätze relativ gering sind also es braucht nicht viel um so eine kursanstiege auszulösen das heißt wenn eben ein großer investor anfängt hier einfach 100 200.000 aktien zu kaufen dann hat man eben schon diese bewegung drin dann wird eben diese bekanntmachung gemacht das war anfang oktober dass man eben aktien von rational eben aufgestockt hat und dann sorgt sozusagen der restliche diese fantasie eben dafür für den restlichen kursschub also das könnte eine erklärung sein warum die aktien eben so stark gestiegen sind das heißt initial die fantasie dass man eben im neuen jahr also dann kommenden jahr einfach die produktlinie neu verkaufen kann dann plus einstieg des großinvestors und natürlich die bekanntgabe so jetzt sind wir schon mit den instagram fragen durch gehen gleich weiter zu novo nordisk das war nämlich eine frage von euch auch aus der letzten sendung dann gucke ich gleich mal rein was ihr da heute noch schönes bisher gefragt habt einige fragen habe ich schon gesehen chinko solar zum beispiel so nordisk für mich auch interessant ist aber das wird kein highflyer papier sein das was wir also hier an kurs performance gesehen haben bisher das war auch der tatsache geschuldet dass man hier im 2016 ganz herbe mal die gewinnerwartung zurückgenommen hat daraufhin haben sich viele investoren von dem papier getrennt haben erstmal abstand genommen und dann kam sozusagen sukzessive die wieder rückkehr zum guten operativen geschäft und das sehen wir hier wenn man sich mal langfrist schad rein aufruft dann sieht man dass es ein klassisches papier ist ähnlich wie die fresenius oder fresenius mental care diese unternehmen sind auch ungefähr in der gleichen kategorie zu finden sind also medikamenten beziehungsweise produkthersteller aus dem gesundheitssektor die man kontrastmittel beziehungsweise im bereich des diabetes die diabetes behandlung und das ist halt wirklich ein wachstumsmarkt hört sich jetzt makaber an ist aber tatsächlich so diabetes ist ein wachstumsmarkt das heißt alle hersteller die produkte eben für diesen sektor herstellen für dialyse und so weiter an maßnahmen profitieren eben davon das sieht man also das heißt es ist eher eine aktie die kann man sich wegpacken fünf oder zehn jahre eben warten und dann wird man tendenziell natürlich auch eine volatilität haben risiken sind in aktienanlagen immer drin aber tendenziell eben aufsteigende kurse weil eben genau diese volkskrankheit diabetes einfach so massiv eben auch in den märkten natürlich vorhanden ist so dass davon die medikamenten oder pro präparat hersteller einfach profitieren das ähnliche gilt eben auch für fresenius also von daher sind so sehr sogenannte trendaktien die eben wirklich ganz langfristig einfach am steigen sind wie gesagt größere kurssprünge wie jetzt hier 2015 sehe ich jetzt erstmal nicht aber eben so ein sukzessives hinlaufen vielleicht kommt auch noch mal jetzt eine kleinere korrektur aber über die mehrjahres sich wie gesagt aufgrund des zugrunde liegenden präparate oder eben anwendungstrends sind ganz klar eben auch ja eine aktie die eigentlich so ein bisschen wie eine art basis investment zu betrachten ist so dann eine frage zu genau ginkgo solar nehme ich jetzt gleich mal mit rein die hattet ihr nämlich vorhin gestellt auch ein profiteur einer bewegung die wir ganz klar momentan in china sehen und auch in den usa das heißt hin natürlich zu regenerativen energien wir sehen in diesen extrem kursanstieg in ginkgo solar gerade in den letzten wochen das hat damit zu tun gehabt ginkgo solar stellt eben sehr sehr flache und vor allem kostengünstige solar panels her die eben eine sehr hohe nachfrage momentan eben erfahren und davon sind die auftrags und dadurch sind die auftragsbücher voll der kurs ist sozusagen gerade am förmlich am explodieren ob es jetzt in dieser form so weitergeht würde ich jetzt bezweifeln wir haben auch letztens schon mal eine frage zu sunrun gehabt da sieht es ähnlich aus das heißt gerade in amerika ist eine enorm große nachfrage gerade nach eben solar panels da und das davon profitieren die unternehmen ich denke aber dass hier wirklich die fantasie ein bisschen ins kraut geschossen ist das heißt ich würde hier wirklich wenn man in den aktien investiert ist position halten stop loss und einfach laufen lassen sozusagen gewinne kümmern sich immer um sich selbst um verluste muss man sich kümmern das heißt wenn ich die aktie wirklich auf diesem niveau jetzt nicht kaufen ich finde sie einfach momentan zu teuer kurs rücksetzer könnte man dann abwarten dass man da dann sagt wie gesagt man kauft die vielleicht im bereich bei 50 55 euro oder sowas in den dreh und ansonsten würde ich da momentan eher vorsichtig sein verkaufsdruck sehe ich da nicht weil solarenergie einfach momentan der hit oder beziehungsweise der trendsektor bleiben wird gerade mit der immobility wir haben halt viele natürlich auch die idee zukünftig ihren strom selber zu erzeugen ins auto einzuspeisen damit sozusagen diesen mobility kreislauf zu schließen ist natürlich eine interessante die idee und davon profitieren große beziehungsweise sehr effiziente hersteller jinkosolar ist eben chinesischer hersteller der profitiert dadurch dass man eben sehr geringe produktionskosten hat aufgrund eben sehr sehr geringen personalkosten und davon haben die aktien profitiert das heißt wenn man sagt halten ein hinterherlaufen würde ich da nicht und genau das ist die aktuelle situation so dann gehen wir mal kurz bei service now vorbei ist nämlich eine frage aus der letzten sendung ich mache einfach mix so ein kreuz immer eine von jetzt und eine von letztem mal genau genau service now ist eine cloud computing gesellschaft und die hat den richtigen turbo noch mal bekommen also sie ist schon sehr gut gestiegen man sieht also hier ganz klar auch den digitalisierungstrend so ein bisschen und der richtige bestellungsfaktor kam eigentlich als bill mcdermott das ist der ehemalige ceo von sap in das unternehmen oder zu dem unternehmen gestoßen ist und bill mcdermott ist eben wirklich ein vertriebsprofi der kann das der ist ganz ganz knallhart da drin kann weiß wie man strukturen schafft dass hier wirklich dann eben auch produkte an den mann oder an die frau gebracht werden können und das sieht man eben auch hier zusätzlich hat service now natürlich davon profitiert dass man jetzt eben durch die corona virus pandemie stichwort heimarbeit stichwort dezentrales arbeiten natürlich auch wesentlich stärker auf cloud service lösung zurückgreifen muss und man sieht also auch hier diese bewegung auch hier ähnlich langfristig denke ich ist der trend intakt wie gesagt bill mcdermott ist ein hervorragender manager kann man gar nichts anderes sagen und bei unternehmen ist es immer wichtig guckt euch das management an was für leute führen das unternehmen und dann natürlich auch natürlich auf die ganzen bilanzkennzeiten beziehungsweise wie ist der trend insgesamt und was für eine branche ist es bei service now stimmt momentan zumindest erstmal einfach alles die werden vielleicht mal wieder zurückkommen werden auch mal konsolidiert aber für mich ist es so eine aktie die wird ihren weg über die kommenden jahre gehen weil die einfach super gut im markt ist gut positioniert ist und einfach ihren weg geht ähnlich wie nvidia eben im grafik oder beziehungsweise im chip sektor bereich jetzt muss man ja sagen die sind ja auch dabei sich breiter aufzustellen so ist so ein bisschen auch eine service now zumindest im cloud computing und diesen ganzen digitalisierungs bereich zu sehen so da hatte ich vorhin gesehen hattet ihr jetzt habt ihr ganz ganz viele fragen drin haben genau airbus und lufthansa genau ich kann die noch mal nehmen lufthansa vor ort ich immer noch in gedanken im dax sind sie aber nicht mehr die sind ja abgestiegen weil wir uns mal ein dax gründungsmitglied wahnsinn so kann das alles gehen wie der hsv haben den dax mit gegründet der hsv sehr gut genau und hier sieht man schon das ganze dilemma also auch hier weiter mein credo lufthansa lufthansa beziehungsweise flugzeugaktien wird ich oder fluglinienaktien wird ich momentan weiter meinen ist nicht absehbar wann sich die situation verbessert management spricht selber hier von schwierigen situationen bis 2023 die werden nicht pleite gehen denke ich also sehe ich auch ganz große möglichkeiten dafür dass es nicht passieren wird weil eben die bundesregierung hier natürlich ganz klar als stützendes momentum beziehungsweise als stützen oder als stützende hand eben eingreifen wird aber es wird eben auch mit der gewöhn dynamik erstmal ausbleiben also hier ist sehe ich wirklich noch bestenfalls eine seitwärtsbewegung aber ich sehe noch nicht licht am ende des tunnels da müsste man frühestens 2021 mal hinschauen und sich dann ansehen wie dann perspektivisch die die zukunftschancen aussehen auch wenn hier so plus eben sind von fünf oder sechs prozent ich bin da immer ein bisschen vorsichtig und denke dass solche sachen schnell auch wieder dann konsolidiert werden schnell korrigiert werden ähnlich verhält sich auch mit einer airbus die heute auch fester sind aber ist ja auch im endeffekt klar wenn im fluggesellschaften nicht ausgelastet sind beziehungsweise mit angezogener handbremse eigentlich geht es ja nicht angezogene handbremse können sie ja fliegen mit einem seil beim starten ja also sozusagen genau wenn sie sozusagen mit halber kraft sozusagen fliegen dann kommen sie auch nicht richtig voran das heißt natürlich ist ähnlich auch mit den flugzeugherstellern da sind viele gerade bei boden viele aufträge gestorniert worden bei airbus hat zwar davon teilweise profitiert deswegen sind die nicht ganz so krass betroffen aber hier sehe ich vielleicht eine möglichkeit wenn die konjunktur sich insgesamt wieder belebt dass dann mehr aus dem cargo das heißt mehr aus dem transportgeschäft aufträge kommen dass also wirklich transportflugzeuge nachgefragt werden aber airbus verdient wirklich daran davon dass man eben die passagiermaschinen verkauft dass eben tierwehr sehr sehr stark natürlich eben die airlines zugreifen und der trend so wie bei philipp hin zum privatjet ist einfach noch nicht so weit verbreitet dass man eben eine private 737 im garten zu stehen hat ja entschuldigung 747 im garten zu stehen hat muss ja also von daher genau hier also wirklich ein bisschen würde ich auch noch mal gucken airbus ist aber wesentlich besser im vergleich denke ich mal als aufgestellt eben als als zum beispiel lufthansa zu sehen bei airbus natürlich davon profitiert dass andere gesellschaften andere ausländische fluggesellschaften dann eben das produkt oder die produkte von von airbus natürlich nachfragen und dazu demzufolge dann eher tendenziell auf airbus dann zurückgreifen das heißt wenn es zu einer erholung im flugzeugsektor kommt würde dann eben flug hersteller flugzeug hersteller natürlich am schnellsten profitieren weil man braucht der natürlich dann flugzeuge wenn man den kapazitäten ausweitet und wird dadurch tendenziell eher natürlich auf airbus dann zugreifen so dann gehe ich mal wieder auf mein zettel hier zurück hier hatten wir nämlich eine frage sixth der autovermieter da gibt es zwei arten einmal die stämme und einmal die vorzüge das sind jetzt hier die stämme genau die ne das sind die vorzugsaktien genau mit der 7 1 1 das sind die 7 1 3 2 nee das sind die stämme ja genau sind die stammaktien die verhalten sich ich mach das ich mach das mal hier rein ich kann mal die vorzugsaktien darüber liegen dann seht ihr nämlich dass die vom kursverhalten her zumindest erst mal genau das sind die vorzüge gleich laufen woher kommt dieser unter kursunterschied das hat einfach damit zu tun dass die vorzugsaktien keine stimmrechte haben aber eine höhere dividende das heißt also ihr habt bei den stammaktien musste mir erstmal bei den vorzugsaktien müssen wir es mal raussuchen habt ihr 65 cent dividende in 2020 oder würdet ihr bekommen und für 2021 sind 3 euro 21 avisiert und für die stammaktien sind in 37 cent beziehungsweise 1 90 also ein bisschen ein bisschen mehr als die hälfte bekommt man dann eben bei den stammaktien und die vorzugsaktien sind sind sozusagen mehr mehr dividende aber eben kein stimmrecht und die meisten investoren die im aktien oder beziehungsweise institut sind investoren die schielen eben doch teilweise auf stimmrecht weil die mitsprechen wollen deswegen sind eben die stammaktien dann hier stärker gefragt als als die vorzüge und das ist der unterschied der sich eben daraus ergibt das heißt in diesem fall es gibt aber auch andersrum situationen wo es wirklich auch umgedreht sein kann das hat eben wirklich damit zu tun wenn eben investoren die in diese unternehmen investieren kein starkes mit sprache recht haben wollen dann gucken die wirklich auf die dividenden rendite und sagen sich nee ich möchte gehen das dann eben so ein und kaufe eher die vorzüge als die stammaktien also dieser spread ist nicht zwangsläufig immer so dass man eben zugunsten der vorzüge höhere kurse vorfindet sondern es kommt eben wirklich ganz stark darauf an wo sind die aktien welchen index sind die drin und wollen die investoren mit sprache recht haben ja oder nein und das ist genau der punkt wo dann eben dieser spread zwischen stamm und vorzugsaktien einfach zu sehen ist so dann gucke ich mal weiter heißt diskutiert wird im moment bayer bayer ja zu recht bayer schauen wir uns da gleich mal an genau die nehmen wir mal mit rein passt auch ganz gut glaube ich zu dem nächsten unternehmen was ich hier habe genau oder beziehungsweise die frage die auch gestellt habe welche pharma aktien sind derzeit bei kobe 19 interessant beziehungsweise welchen sind involviert gucken wir erstmal auf bayer zurück die hat wirklich sehr sehr hart zerbreselt in den letzten tagen und das hat damit zu tun gehabt wir haben zum einen auch in der letzten oder in einem von den letzten ausgaben habe ich immer darauf hingewiesen was mich ein bisschen bei dem bei der angestrebten bei dem angestrebten vergleich in den usa gestört hat ist dass man hier nicht alle glyphosat klagefälle lösen konnte sondern eben nur ich glaube ein drittel oder zwei drittel der fälle konnten sozusagen mit dem angestrebten vergleich beglichen wären der rest ist wirklich noch offen und das sind eben noch einige tausend und das ist natürlich auch ein kostenfaktor der einfach auf bayer hinzu kommt des weiteren hat das unternehmen momentan wirklich jetzt eben natürlich auch durch die ganzen klagen in den usa die rechtskosten die eben sehr sehr hoch sind vor kurzem eben auch zahlen vorgelegt wo einige investoren auch ein bisschen verschreckt waren man will zwar die kosten einsparen aber man hatte gedacht dass man dieses ganze problem eben schneller in den griff bekommt das heißt jetzt ist man sozusagen noch mal zusätzlich nicht negativ überrascht worden und investoren sind natürlich so wie jeder mensch auch normal es heißt einmal ist kein mal zweimal zählt doppelt sozusagen wenn also management ist nicht auf die reihe kriegt hier einfach mal eine klare tendenz vorzugeben und zu sagen ja es dauert halt was ich ein zwei oder drei jahre dann haben wir dieses problem gelöst sondern immer wieder versucht so stückchenweise häppchenweise einfach mit informationen nur rauszukommen das haben wir auch zuletzt bei boeing gesehen dann sagen investoren nein das wollen wir teilweise nicht und dann nimmt man eben abstand von investments in den aktien beziehungsweise trennt sich halt auch einfach weil man dann sagt nein wir warten jetzt ab bis die situation einfach gelöst ist weil wir genau dieses häppchenweise oder dieses homöopathische verabreichen von schlechten nachrichten nicht haben wollen und reduzieren die dann nun können sich natürlich dax unternehmen beziehungsweise investoren aus dax unternehmen nicht vollends zurückziehen sie können aber eins machen sie können die untergewichten und das ist auch ein interessanter trick das heißt wenn eben ein unternehmen zum beispiel drei vier oder fünf prozent dax gewichtung hat dann nehmen investoren die aktien zwar rein gewichten die aber nicht so sondern gewichten die dann eben zwei drei oder vier prozent das heißt ein bisschen unter weil die eben genau diese negative erwartung haben machen das ganz ganz viele investoren kommt genau sowas zustande das heißt solche aktien sind dann eher untergewichtet nicht jetzt bei index fonds ganz klar die müssen genauso gewichten aber eben sag ich mal aktiv gemanagte fonds oder etfs die sich eben auf bestimmte sektoren fokussieren pharma sektor zum beispiel die können das machen und das ist momentan passiert das heißt institutionelle investoren stehen eben eher mit dann eben wirklich mit angezogener handbremse die fahren auch nicht mehr sondern die stehen eben am seitenrand gucken sich das an und sind eben nur mit so einem kleinen fuß drin wenn hier eben wirklich mal eine positive nachrichten werde kommen sollte wenn man wirklich diesen glyphosat fall in den usa all für alle mal ein für alle mal geklärt hat dann wird auch wieder der geturbo einfach reinkommen werden wir sehen dass da auch ganz starke und relative und hohe kursgewinne wieder zu sehen sind aber momentan ist eben wirklich genau die situation ist amokisch wert schwebt einfach momentan über dem unternehmen und deswegen sind die aktien so schwach also von daher mutige investoren kann man nicht sagen ich würde hier wirklich nachrichten also wirklich news driven so wie es immer so schon heißt also nachrichten getrieben agieren guckt euch über die nachrichtenlage an da würde ich auch wieder auf fünf oder zehn prozent dann verzichten weil man dann auf der sicheren seite ist als hier eventuell ein fallendes messer zu greifen und dann weiß man nicht was passiert vielleicht kommt ihm noch mal größere schadensersatzforderungen auf die auf bayern durch glyphosat zu und von daher vorsichtig genau so jetzt noch mal zu der frage welche pharma aktien sind derzeit bei kobe 19 involviert war eine frage aus twitter oder über twitter ja natürlich moderner ich kann die mal einfach kurz hier rein rufen ich werde kurz wird dazu nichts sagen weil ich hatte auch schon in letzter sendung gesagt ich würde bei diesen ganzen impfstoff aktien derzeit extrem vorsichtig sein weil ich einfach man sieht johnson & johnson lily haben eben ihre impfstoff forschung erst mal zurückgestellt wir hatten bei astrazeneca auch schon mal solche vorgehensweisen gesehen der corona virus ist sehr speziell virenfall können sich ganz ganz schnell modifizieren die mutieren die sind innerhalb von drei vier monaten sind die einfach nicht mehr so wie sie am anfang waren das heißt unternehmen rennen da ständig hinterher das wundert mich momentan sowieso diese ganze euphorie dafür für diese impfstoff thematik es gibt also moderner ist halt ist halt ein unternehmen was eben auf die modified rna impf thematik eben fokussiert das heißt man versucht hier mit rna streng die im speziell hergestellt worden sind über impflogiken oder über methoden da eben diese rna strenger eben den menschen zu verimpfen dass man da eben so einen schutz hat das momentan der hot shit wenn man so will ähnlich auch die biontech die ja mit pfizer da habt ihr nämlich auch noch mal eine frage aus der letzten sendung momentan präparat in die marktreife bringen will deswegen auch hier dieser drastische kursanstieg ist auch ein unternehmen aus dem sektor und wir haben qwac natürlich das bekannteste unternehmen mit in deutschland zumindest weil hier doch sehr sehr viele illustre investoren daran beteiligt sind sieht man haupt ehemals oder gründer von sap bill gates die bundesregierung ist auch an dem unternehmen beteiligt also was aber auch im kursverlauf momentan nicht wirklich positiv zu sehen ist wenn ich mir das so ansehe aber insgesamt sind das natürlich die unternehmen ob fünf jahre macht keinen sinn drei jahre sechs monate oder drei monate sogar die sind nämlich vor kurzem erst in die börse gekommen also ist hier muss auch geliefert werden ähnlich wie bei bayern guckt euch hier wirklich news an hier ist first come first serve das heißt welches unternehmen zuerst den impfstoff einfach an den markt gebracht hat wird davon am meisten profitieren weil diese corona virus impfstoffe die halten eben maximal also in der nächsten saison in der nächsten saison sind die durch dann gibt es deswegen ist ja covid 19 auch durchnummeriert das heißt aus dem jahr die 19 steht immer für die jahreszahl sozusagen ist eben dieser virus sozusagen entdeckt worden covid 19 das heißt im nächsten jahr wird es wahrscheinlich covid 20 21 whatever sein dann wird der wirkstoff unter umständen nicht mehr gelten oder nicht mehr wirksam sein von daher alles eine thematik da muss man eben sehen wie man damit umgeht ansonsten noch mal zu pfizer weil das auch eine frage aus der letzten sendung war ein amerikanisches pharmaunternehmen der ein oder andere hat damals kicher an der weise die blauen pillen entweder jetzt noch immer noch als spam kriegt man die glaube ich oftmals zugeschickt also viagra also ich kriege sowas überhaupt nein gar nicht aber ich kriege eine ganze menge spam mails ich weiß noch mal gar nicht wo die herkommen aber zumindest stehen da irgendwelche produkte im von pfizer viagra war hier wirklich der große kassenschlager ich glaube das ist auch schon wieder 14 15 jahre her elendlich lang da sieht man mal wie wie alt man wird und noch älter ich guck mach mal ganz das würde mich jetzt auch mal interessieren ja es kann sein hier stimmt hier das war nämlich dieser dieser extreme anstieg das war viagra das war der viagra anstieg das ist richtig steil gegangen so okay dann kam sozusagen die abkühlungsphase und jetzt hier wieder der neue anstieg und zuletzt ich gehe mal wieder zurück auf sechs monaten hier sieht man eben genauso ein bisschen diese euphorie die natürlich dann durch die impfstoff thematik einfach in den unternehmen reingekommen ist pfizer kooperiert mit biontech biontech momentan aus meiner sicht von den kommerziellen unternehmen mit eines der an aussichtsreichsten unternehmen pfizer ein großes pharmaunternehmen das heißt die kombi ist natürlich interessant weil wenn biontech die jetzt wirklich einen impfstoff herstellen würde würden die sofort in die vertriebspipeline von pfizer gehen das heißt zack das ist wirklich innerhalb von wenigen wochen dann eben verteilt die unternehmen verdienen haufen geld damit also von daher pfizer insgesamt eigentlich wenn man eben in diesen bereich investieren wir finde es interessant deswegen die frage auch noch mal dahingehend ganz clever gewesen und wie gesagt der pfizer gehört zumindest wenn man in den bereich investieren will mit zu den favoriten würde ich jetzt denken ansonsten auch hier natürlich rat einfach um ja ratsam dass man hier auch ein wieder auf den etf zurückgreift dass man hier so ein bisschen das risiko raus sind weil einfach das ist so ein bisschen wie glücksspiel man kann glück haben dass man das richtige unternehmen erwischt man kann auch pech haben es gab auch moderner wird auch bald vor müsste eigentlich jetzt bald ihre daten vorlegen ob die dann eben mit ihrem impfstoff weiterkommen oder nicht also hier sind sehr sehr hohe volatilitäten zu erwarten also von daher immer folglich sein geht ja auch generell für aktienanlagen noch mal vorweg geschickt das sind keine kauf- oder verkaufshinweis sind nur meine meinung das heißt ihr habt natürlich immer risiken wenn ihr in aktien investiert und ich kann euch nur meine meinung zu den jeweiligen unternehmen sagen so genau frisenius ist noch mal eine frage nehme ich einfach mit rein weil es gerade gut passt so frisenius hat ähnlich wie novone dirz natürlich auch in dem bereich dialyse zu tun aber die haben einen klotz am bein ist so ein bisschen wie soll man sagen die walt disney der pharma oder der dialyse unternehmen die haben nämlich die ganzen kranken die helios kliniken mit an der backe und krankenhäuser kosten momentan geld das will man nicht glauben auch wenn man sich die berichterstattung momentan ansieht aber es ist tatsächlich so sind nicht ausgelastet ärzte pflegepersonal teilweise kurzarbeit geschickt das bedeutet da sind ein haufen also operationen wohnen einfach covid 19 bedingt verschoben können momentan nicht durchgeführt werden keine hohe auslastung auch der gesundheitssektor in deutschland ist natürlich so ein bisschen zum hochleistungsbetrieb verkommen wenn man so will ihr muss also wirklich permanent die belegung immer kürzer das heißt die wird es einfach durch durch belegt um eben geld zu verdienen und das hängt momentan frisenius ein bisschen an der backe die verdienen auf der dialyse seite mit den dialyse zentren weiterhin gutes geld aber durch helios wird es eben aus dem kamin wieder raus geblasen deswegen sind die aktien momentan schwierig also da auch wieder wenn covid 19 weg ist sind frisenius dann auch wieder in der lage die alte kurs performance zu vollziehen ich zeige euch schon mal langfrist scharten seht ihr was ich meine das sind unternehmen aktien hier wenn man die eben das langfristig haben die eben von diesen dialyse trend eben profitiert dann haben sie sich irgendwann breiter aufgestellt krankenhäuser mit zugenommen und das war sozusagen das problem dass man eben davon zeitweise auch profitiert hat aber jetzt schlägt sie nach hinten durch könnte sich aber umdrehen wie gesagt wenn diese ganze covid 19 problematik vorbei ist für mich ein watchlist kandidat momentan würde ich da noch ein bisschen warten da könnte noch die ein oder andere hiobs botschaft kommen aber auf jeden fall insgesamt watchlist kandidat und dahingehend interessant so dann eine frage zu kia gehen das unternehmen ich bin froh dass thermofischer den laden oder das unternehmen nicht bekommen hat ist für mich ein absolut tolles unternehmen kann man gar nicht anders sagen die haben gute technologien die sind wirklich gut positioniert auch kein grund aber kein wunder warum in thermofischer das und amerikanisches unternehmen eben da so die finger ausgestreckt hat und versucht hat sich das unternehmen aus und unter die nägel zu reißen jemand sieht schon auch ein kind des neuen marktes damals der ein oder andere zuschauer kann sich daran erinnern 99 2000 als sozusagen selbst die putzfrau der taxifahrer und die hauskatze kurz davor stand sich aktien zu kaufen hatten wir diese bubble gesehen kia gehen damals schon eines mit der ersten kandidaten am neuen markt danach die hammer hatte enttäuschung bzw im korrektur und jetzt sieht man dass das unternehmen einfach auch mitgewachsen ist es konnte sich gut halten eben aufgrund der produkte aufgrund der diagnostik prozedere oder eben auch diagnostik methoden die die haben die sind in sehr sehr vielen interessanten bereichen unterwegs gerade in der molekularbiologie und haben eben auch jetzt unter anderem schnelltests für pcr oder pcr schnelltests jetzt eben vorgestellt ich denke das unternehmen wird auch sukzessive weiter in den weg gehen wird eben langsam ansteigen ich denke dass wir hier die eine oder andere übertreibung sehen aber langfristig sehe ich da wirklich keine größeren störfeuer die haben gute solide zahlen vorgelegt die haben gutes solides wachstum aber guckt halt auch immer dass die relation zu den kurssteigungen das heißt zu der euphorie die aktuell in den kursen drin ist ob die zu hoch oder zu niedrig ist das kann man eben sehen indem man zum beispiel einfach sich die zahlen mal vornimmt die quartal zahlen und immer von jahr zu jahr sieht was für ein wachstum ist dann sozusagen in den umsetzen und in den gewinnen drinnen und dann eben auch sieht wie stark sind sozusagen die aktien gerade bewertet das heißt also zum beispiel wo das kgv wie verändert sich das von jahr zu jahr und passt das in einer gesunden relation das heißt also ist das wachstum eben gerechtfertigt beziehungsweise die momentane bewertung des kgv gerechtfertigt weil eben auch das umsatz und gewinnwachstum so hoch ist oder ist es nimmt das gewinnwachstum ab und die investoren sehen das teilweise nicht das kann nämlich auch wirklich vorkommen dass viele einfach aus gewohnheit die aktien noch haben denken diesen gut und dann verlieren die so oder kriegen dieses abnehmende momentum gar nicht mit aber wie gesagt bei kia gehen bin ich eigentlich relativ positiv gestimmt und glaube dass die halt zukünftig auch ihren weg gehen werden da würde ich auch tendenziell mal ein paar kursrücksätze abwarten ich finde das schon sehr ambitioniert was wir jetzt gesehen haben hier diese ganzen kursanstiege natürlich auch getrieben durch das übernahme kampf oder der kampf war es ja nicht aber übernahme angebot was eben von thermofischer draußen war da sind die aktien natürlich relativ schnell auch hochgegangen das ist nämlich im märz april hier geradezu corona sozusagen eben rausgegeben worden hier an diesen sprung 39 euro und dann sind die da auch langsam hin thermofischer nicht zugegriffen dann kam aber kia geben mit der nachricht eben bezüglich der pcr test und so weiter und der rest ist geschichte von daher interessantes unternehmen aber ich würde ja wie gesagt ein bisschen warten und nicht unbedingt den kursen hinterher springen aber langfristig durchaus interessant so magst du noch was zu simrise sagen simrise genau simrise ist zum einen wird momentan als nachrücker gehandelt wenn der dax von 30 auf 40 werten ausgeweitet werden sollte simrise immer so auch ein bisschen die verkannte perle des deutschen aktienmarkt und zwar stellen die geschmacksstoffe aromastoffe und sowas her und das wird ja momentan eigentlich überall benutzt also egal wo man hinguckt ob es parfümerie lebensmittel und so weiter also überall selbst in der genau das ist was hast du da jetzt vanille geschmack okay sehr gut rosenwasser genau also egal wo man halt hinschaut an geschmacks und duft und was weiß ich nicht was für stoffen synthetischer natur kommt man nicht vorbei simrise dann ganz ganz großer player in dem markt von daher eben auch so ein bisschen so wie soll man sagen das ist eben so basis geschäft und auch zyklisch also unabhängig das heißt konjunktur unabhängig nicht so stark zyklisch so um wollte ich es formulieren da sieht man eben auch schön diesen diesen aufstieg in den aktien und von daher für mich auch unternehmen es wird weiter so gehen tendenziell wird eben genau diese branche davon profitieren dass eben zum beispiel erdbeer geschmack wenn man sich halt mal so in den kühlregal umsieht dann müsste die ganze welt nur aus erdbeeren feldern bestehen warum besteht die welt nicht aus erdbeer feldern weil man erdbeer geschmack künstlich herstellt deswegen das heißt die ganzen produkthersteller die das ist eine wunderschöne vision die du da hast erdbeer felder strawberry fields kannst du nächstes mal anstimmen das lied strawberry field okay stimmt ja na doch unter fünf sekunden glaube ich kann man ich weiß nicht es gibt so eine zeit egal genau also genau strawberry field around the world wäre sozusagen eine schöne vision obwohl wenn die dann auch vergammeln ist auch nicht schön egal gut also simreis sorgt dafür dass wir das nicht haben sondern eben dass man eben diesen geschmacksstoffe eben sozusagen künstlich herstellen kann da sind die ganz weit vorne ich finde ein tolles unternehmen lange zeit verkannt worden wie gesagt ein potenzieller dax auf also dax 40 kandidat und dahingehend sieht man also auch hier die die performance die sich mit eingestellt hat das heißt diesen starken kursanstieg oft auch watchlist kandidat rennt da nicht hinterher nimmt euch solche unternehmen einfach auf die auf eine watchlist die ihr macht das auch immer gut das heißt wenn ihr sagt menschen das unternehmen was andreas da gerade in den marktupdate besprochen hat fand ich interessant packt euch das erstmal rauf beobachtet gewinnt ein gefühl dazu schaut euch nachrichten an und dann kann man eben so sukzessive anfangen selber zu sagen so jetzt finde ich es interessant jetzt sind sie zurückgekommen jetzt kaufe ich mir meine position sicher die mit stop loss ab beschäftige habe ich damit beschäftigt weiß was die machen weiß wie die nachrichtenlage ist der kursrückgang war zum beispiel dann zu viel finde ich übertrieben und dann geht man rein so so läuft sozusagen so eine aktienanlage dann eben doch an deswegen simreis auch dahingehend interessantes unternehmen sollten die den dax aufgenommen werden dann geht da noch mal richtig die musik ab momentan sind die fantasie drin aber kommt eben die erweiterung auf dax 40 zum beispiel die kommen in den dax rein dann müssen die investoren zugreifen die können dann nicht sagen nee machen wir nicht sondern die müssen wirklich zugreifen und davon profitiert so ein unternehmen von daher ganz interessant mal auf der watchlist zu behalten so jetzt gehe ich noch mal auf ehealth das unternehmen ein das war nämlich auch eine frage aus dem aus der letzten sendung ein us-unternehmen eine plattform die sich mit krankenversicherung vertrieb online beschäftigt und die sind im april im moment war das april diesen jahres ich muss mal gucken ich glaube ja also anfang des jahres relativ stark auch unter die räder gekommen weil muddy waters das ist ein research house die haben damals schon bei luck in coffin den spielverderber gespielt die haben gesagt das unternehmen wäre überteuert die sind da haben jetzt keine größeren vorwürfe gemacht dass da irgendwas gemauschelt wird sondern die sagen einfach dass das unternehmen relativ starke promo promotion kampagne für die aktien gemacht hat und dadurch diese stark in den vorjahren gestiegen sind wir sehen das unternehmen wesentlich tiefer bewertet hat die wirkung ja auch nicht verfehlt hier sieht man eben diesen nachhaltigen kursrückgang bisher jetzt eben diese gegenbewegung es ist eben sag ich mal so es ist eben ein plattform unternehmen die versuchen eben über online plattform sozusagen krankenversicherung in den usa zu verkaufen ich finde den krankenversicherungsmarkt in den usa schwierig wir haben sehr sehr viel politische einflüsse darüber werden wir nämlich auch darauf eingehen glaubt trump ne genau trump ist ja nicht so ein befürworter dafür für ich dachte er hätte keine politischen einflüsse obama wollte ja obama care hat sozusagen diese gesetzliche krankenversicherung versucht reinzudrücken trump hat sie wieder zurückgenommen und da sieht man schon dass natürlich die krankenversicherung einfach ein ganz klares thema in den usa ist sehr stark politisch getrieben das heißt das muss man dabei auch berücksichtigen wenn man sich eben in e-health investieren oder sich für diese aktie interessiert potenzial ist durchaus da das muss man ganz klar sagen es könnte auch ein klassischer beiden gewinner sein nur mal so am rand das heißt wenn die demokraten jetzt eben an die macht kommen könnte natürlich dieses alte thema wieder aufgenommen werden und dann könnten die aktien davon profitieren die kommen meines erachtens auch bald mit zahlen genau am 22 das heißt wenn man sich die aktien anschauen will würde ich vor den zahlen vielleicht nicht zugreifen das ist nämlich wie glücksspiel das heißt man weiß ja nicht was kommt von daher wartet den 22 zehnten dann eben ihr ab schaut euch an was dafür zahlen kommen dann kann man sich eventuell überlegen ob man in die aktien investieren will oder nicht man kann dann sogar noch dem die wahl theoretisch abwarten weil aktienanlage immer eine sache ja tendenziell sein soll sagt ja schon anlage das heißt über mehrere jahre ihr wollt nicht zocken ihr wollt nicht train ihr solltet dann wenn die anlagen betätigt wirklich als solche events abwarten nicht irgendwie versuchen gambling zu machen oder beziehungsweise da auf rot oder schwarz zu setzen sondern wirklich guckt dass die abfakten lage der astrein ist und dass man da im denn damit durchkommt so jetzt habe ich es wieder mal gar nicht geschafft hier meine güte wahnsinn wie viele schöne fragen wir haben ich habe noch nicht meine abgabe aber ich werde eine noch mit rein dem blink charging hatten wir nämlich auch das fand ich ganz interessant weil wir nämlich letztes mal ja auch das thema ladesäulen hatten das ist nämlich so das ist nämlich so ein hersteller aus den usa blink charging compleo hießen die das ipo? Compleo, ich meine das ist heute der letzte Tag, was im Zeitpunkt ist genau also ein deutsches unternehmen sozusagen genau die ja eben auch diese ladesäulen haben und das ist eben der amerikanische beziehungsweise ein amerikanischer hersteller von solchen beziehungsweise ladesäulen und eben von systemen die stellen haben ein eigenes system blinks iq 200 beziehungsweise stellen die eben dcfc ladestationen her die haben jetzt eine kooperation deswegen den kurssprung den wir gesehen haben der kam zustande weil man mit sgblocks hier eine kooperation vereinbart hatte dass man zukünftig so eine riesengroßen ladecontainer herstellen will wo man dann eben mit seinem elektroauto reinfährt ranfahren kann und die dann sozusagen über solar selbst beteiligt also die die ladestationen über solar betankt werden dann fährt man mit seinem auto ran und kann sozusagen diesen strom dann eben in sein auto tanken und die haben eben die technologie dafür deswegen gab es diesen natürlich auch wieder die fantasie wir haben es bei jinko solar schon gesehen wir sehen haben es jetzt sehen es bei diesen unternehmen es sind unternehmen langfristig finde ich die durchaus interessant hier muss man aber auch sehen wie gesagt dass die dass sich die technologie durchsetzen muss hier ist auch ganz klar wer zuerst im markt das hat natürlich auch das rennen sozusagen da hinten schritt weit vor ich finde das unternehmen auch interessant weil eben die ganze ladesäulen thematik einfach sowohl in den usa als auch in europa nah zunehmend an gewichtung gewinnen wird das heißt je mehr elektroautos einfach auf den straßen fahren desto mehr ladesäulen braucht man desto mehr intelligente lösung braucht man hier auch ganz wichtig es ist ein nischenwert ein randwert klar also das heißt ist kein großer blue chip also von daher ein bisschen feuchtig sein auch mit nicht allzu viel aktien investieren nicht große mit depot anteile aber ich finde die thematik durchaus interessant und von daher würde ich die zumindest mal auf der watchlist behalten und damit sind wir eigentlich auch schon für heute durch bin schon wieder über der zeit meine güte bedanke mich dass sie zugeschaut habt wünsche euch einen schönen abend und bis zum nächsten mal es kommt diese woche noch ein klarschiff und da werden wir dann die ganzen fragen noch mal wieder abarbeiten ansonsten freue ich mich wenn ihr am nächsten montag mit dabei seid und wünsche euch einen schönen abend vielen dank auch